Beine! Laphysimus! Beine! Seitliche Brustpose! Dankeschön, wir kommen zur Rückenposen und beginnen mit Doppelizeps. Schön, sehr schön! Dankeschön! Lattysmus in der Rückenansicht! Jetzt leg an die Trizeps! Ja, schön! Aufrichte! Danke! Seitliche Trizepspose! Dankeschön! Wie ist das Ganze mit Bauch und Beinen? Super Trizeps! Super Trizeps! Danke sehr! Einmal durchschlaufen, wir wechseln durch, wir wechseln die Seiten, das Länge ist auch nicht besonderes Besonderes Feld! Auch hier ein tolles Teil im Feld! Gut ausgebildete Athleten! Ich glaube nicht, dass Sie Zeit haben! Jeden Athleten optimal! Und da ist das Ganze mitgekriegen.